Die Alba-Berlin-Fans, wir bedanken euch, wir lieben euch, und wir freuen uns immer auf euch. Wir wissen, dass ihr da mit uns mit uns, im Körper, im Körper, im Körper und im Körper. Und wir bedanken euch für alles, was ihr für uns getan habt. Ich wollte nur nochmal Danke sagen für die ganze Unterstützung über die Saison. In den letzten Wochen habt ihr uns unglaublich gefehlt in der Halle. Wir wissen, wie viel Energie uns das gibt und uns nach vorne pusht, um Spiele zu gewinnen. Hey Alba-Fans, ich wollte euch wissen, dass wir euch wirklich missen. Ich habe jeden einzelnen von euch gespürt, für mich ist es nicht so wichtig. Doch, das stimmt nicht, für mich ist es auch wichtig. Aber ganz wichtig war es für die Spieler. Ihr habt sie durch die Saison getragen. Die hatten alle im Kopf und im Herz, was ihr bei unserem Pokalfinale in Berlin veranstaltet habt. Das hat getragen. Das hat geholfen. Aber wir haben euch auch in der Zeit, in den letzten 23 Tagen, wir haben es gespürt, dass ihr vor dem Fernseher seid und uns unterstützt und in den sozialen Medien haben wir es gesehen. Und es hat uns richtig geholfen und ja, der Championship, den haben wir uns verdient. In spite, dass wir nicht spielen können, mit unseren Fans in fronten, dass ihr uns sehr geholfen habt, zu spielen gut. Wir haben einen guten Rhythmus und zu spielen einen guten Ende der Saison. Aber wir haben immer gedacht, dass ihr, und wahrscheinlich, dass ihr, die meisten von uns schaut, nach unserem Team in Byte TV. Wir haben in diesem Jahr eine schöne Etage draufgesetzt, die unser Haus erheblich verschönert. Und ihr habt einen großen Anteil daran. Ich danke euch von Herzen. Ich danke euch von Herzen. て herz. Gelug. davon